Ja, der Stellenwert einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, das ist für uns so wie das tägliche Brot oder wie die Verkaufszahlen wahrscheinlich für jemanden, der in einem Wirtschaftsbetrieb arbeitet. Das heißt, wir werden daran gemessen, wie viel verwertbare Informationen wir produzieren pro Jahr. Und das ist im Bereich der wissenschaftlichen Publikationen so, dass es unterschiedliche Rankings gibt. Also da gibt es Zeitschriften, die sehr hohe Rankings haben, Zeitschriften, die eher nicht so hohe oder mittlere Rankings haben. Und je nachdem, wo man seine Arbeit platzieren kann, zählt das mehr oder weniger. Einerseits natürlich für den eigenen Lebenslauf, aber auch für die Universität Wien oder für den Arbeitsbereich, für die Fakultät für Psychologie ist es von enormem Interesse, dass wir hier in hochrangigen internationalen Zeitschriften und Fachjournalen publizieren. Zur Studie selbst, wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Humanisierung. Das ist ein Phänomen, das in der Sozialpsychologie recht gut bekannt ist und recht gut untersucht ist. Heißt so viel wie, dass wir je nachdem, wie wir einen Menschen wahrnehmen, den als mehr oder weniger human wahrnehmen können. Man kennt das im Regelfall am Negativbeispiel der sogenannten Dehumanisierung. Es gibt also Phänomene, wie zum Beispiel in der englischsprachigen Literatur nennen sich das Racial Bias, bei uns würde man sagen einen ethnischen Bias, dass bestimmte Personengruppen, die am Rande der Gesellschaft teilweise auch stehen, unter anderem zum Beispiel auch Obdachlose, Drogenabhängige, einer sogenannten Dehumanisierung unterliegen. Das heißt, diese Personen werden, so ist das Phänomen beschrieben, eben als weniger human wahrgenommen als jemand, der zum Beispiel eben nicht obdachlos ist oder keine Problematik mit Drogen hat oder nicht einer anderen Ethne entstammt. Wir sind den umgekehrten Weg gegangen in dieser Studie. Wir haben uns gefragt, was passiert eigentlich, wenn man Personen mehr humanisiert, also wenn man ihnen mehr humane Eigenschaften zuschreibt. Wie wirkt sich das darauf aus, ob diesen Personen in einem sogenannten moralischen Dilemma, das danach sozusagen vorgegeben wurde, unseren Versuchspersonen, Wie werden diese Personen in so einem Dilemma behandelt? Spielt das eine Rolle? Die Ausgangssituation oder das Ausgangsszenario war in etwa folgendes, was passiert zum Beispiel, wenn sie vor folgende Situation gestellt werden? Es ist ein Lawinenunglück passiert und sie sollen nun entscheiden als Leiter der Bergrettung zum Beispiel, ob sie zur Rettung einer Personengruppe von fünf Skitourengängern einen Einsatzleiter hineinschicken, der versucht, die da rauszuholen. Und sie wissen zum Beispiel, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dieser Einsatzleiter auch mit schweren Verletzungen nur davon kommen wird oder eventuell auch in eine Lawine hineinkommt, weil die Lawinenwarnstufe eben zu groß ist. Und was wir uns eben konkret gefragt haben, was man in seiner Situation prinzipiell mal tut, das ist ja durchaus ein Dilemma hier vorhanden, soll ich, um fünf Personen zu retten, eine Person opfern? Kann ich das überhaupt machen als Einsatzleiter? Und als Kernthema dieser einen Fragestellung, die wir hier untersucht haben, war eigentlich die Frage im Vordergrund, inwiefern beeinflusst es meine Entscheidung, ob ich zum Beispiel diese Person gut kenne oder nicht kenne? Ob ich ihr also typisch menschliche Eigenschaften zuschreibe oder nicht? Also wie bekannt ist mir zum Beispiel diese Person? Wie nahe steht mir diese Person? Vor dem Hintergrund eben zum Beispiel, dass in Katastrophen einsetzen oder in Krisensituationen ganz allgemeiner Natur Entscheidungsträger immer wieder vor die Aufgabe gestellt werden, Entscheidungen zu treffen, wo sie sozusagen selbst eine bestimmte emotionale Reaktion in sich spüren. Zum Beispiel wird es ihnen schwerer fallen, den eigenen Sohn in so eine Situation hineinzuschicken oder den eigenen Neffen oder eine Person, die sie eben gar nicht kennen. Und diese Frage haben wir in dieser Studie untersucht. Also die Magnetresonanz-Tomografie, um genauer zu sein, die sogenannte funktionelle Magnetresonanz-Tomografie, erlaubt uns einen objektiven Blick in die Gehirnaktivität, während die Personen so ein Trolley-Dilemma zum Beispiel lösen oder während sie Personen humanisieren oder weniger humanisieren. Wir können damit also genau feststellen, welche Bereiche im Gehirn bei bestimmten Entscheidungssituationen aktiv sind. Und was diese Studie uns jetzt gezeigt hat, ist, dass Bereiche im Gehirn, die mit emotionalem Konflikt und der sogenannten Verhaltensregulation, die mit emotionalem Konflikt verbunden ist, besonders stark aktiv sind, wenn sie eine Entscheidung treffen, die diese humanisierten Personen betrifft. Wir sind als Grundlagenforscher prinzipiell an den Mechanismen für Entscheidungsverhalten interessiert. Es ist also nicht im Vordergrund gestanden, hier Empfehlungen für die Praxis oder Ähnliches abzuliefern. Was unsere Erkenntnisse uns aber zeigen, ist, dass bei Entscheidungen, die Personen betreffen, die als besonders human oder humanisiert wahrgenommen werden, das Stressniveau wesentlich höher ist, wie bei Entscheidungen, die neutrale Personen betreffen. Und die Personen, die solche Entscheidungen treffen, müssen sich einerseits dessen bewusst sein, dass das sozusagen eine ganz normale Situation auch ist, dass sie ihre Emotionen hier im Griff behalten müssen oder dass das schwieriger ist und können andererseits natürlich auch entsprechende Trainings in Anspruch nehmen oder sich gerade in solchen schwierigen Dilemma der Situationen Unterstützung von außen dazuholen.